liebe zuseherinnen liebe zuseher einen wunderschönen falschen sonntag wir haben heute einen freitag den 13 und es sollte der 19 grad des sternzeichens wieder im jahr 1741 sein und wir sehen hier was wir sehen glaube ich kein kommentar dazu da wächst gerade etwas und es hat jetzt zwölf grad morgentemperaturen gestern waren es fast 17 grad also das heißt heute sollte die sagen wir so die wolkendichte etwas geringer sein ja wie man sieht naja es soll heute 26 grad plus kriegen und wir hoffen trotzdem auf einen möglichst sonnigen tag ende genau ich schaue noch mal einen blick zum vogelschreiter muss ich ja machen es ist wieder ziemlich windstil also eigentlich beste voraussetzungen aber möglich dass am wochenende abgeschaltet ist ja da ist der pr effekt nicht so groß komisch es geht kein wind und er dreht sich nicht also das ist eine anomalie die ich mir nicht erklären kann ende nicht so groß ist nicht gewöschlich wochenende wir NAT Vielen Dank.